UNTERTITELUNG Aber jede Menge Zeitfehler. Okay, das ist jetzt sowieso gelaufen. Wenn der Hund einmal raus ist, dann kriegt sie den ganz schwer wieder rein. Das ist der Vorteil in der Halle, die können nicht weglaufen. Die wollen nicht weglaufen. Nein, aber die hat dann andere Baustellen. Jetzt ist sie da drin. Wir hatten mal einen, das war so ein Westfalt, der ist mal zwischendrin rausgelaufen, hat geguckt, wo die Kaninchen sind und ist dann wieder rein und weitergelaufen. Ich weiß nicht, der von der Randi wäre. Der tut schön. Also vor und schick die Beine an. Die Beine an.